Die von unserer Redaktion vergebene Endnote für dieses Haier-Produkt lautet 8.8 von 10 Punkten. Es ist das am meisten gewünschte. Seine Hauptfunktionen sind Pflegeleichtigkeit, Stromverbrauch, Knitterfrei, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit, Geräuschbegel. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtbewertung für diesen Hisense-Artikel ist 8.8 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste in dieser Auswahl. Seine Vorzüge sind Stromverbrauch, Pflegeleichtigkeit, Knitterfrei, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel, Qualität, Haltbarkeit. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die abschließende Bewertung dieses Bosch Hausgeräte-Artikels ist 9 von insgesamt 10 Punkten. Es ist derzeit der Bestseller. Seine Stärken sind Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit, Geräuschbegel, Knitterfrei, Preis-Leistungs-Verhältnis, Stromverbrauch. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Die Endnote für diesen Beko-Artikel ist 9.2 von 10 Punkten. Es ist das Produkt, das am häufigsten verschenkt wird. Die Stärken sind Preis-Leistungs-Verhältnis, Pflegeleichtigkeit, Stromverbrauch, Knitterfrei, Trocknungsleistung, Geräuschbegel. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Endnote für dieses Haier-Produkt ist 8.8 von 10 Punkten. Es hat derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Funktionalitäten sind Pflegeleichtigkeit, Stromverbrauch, Knitterfrei, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit, Geräuschbegel. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktions-Verhältnis,